Hallo und herzlich willkommen zurück. Mein Name ist Tom und wir sind wieder bei Road2Map. Wir hatten am Donnerstag den Livestream. Wir hatten da einige Probleme. Abstürze, fehlende Texturen, respektive Foliage, also hier die Blümchen, die haben hier komplett gefehlt. Auch hier oben hier auch das ganze Gras, Blümchen gedöhnt hier, das hier hat komplett alles gefehlt. Lösung wäre gewesen, entweder alles noch mal nachzeichnen oder für das was ich mich jetzt entschieden habe, ich habe ja Früchte verbaut, die mir das vermutlich alles verworfen haben. Die Früchte gefallen mir grundsätzlich außer vielleicht eins so gut wie nicht. Darum habe ich mich jetzt dafür entschieden. Ich mache das ganze noch mal neu. Ich habe hier ein altes Backup hervorgeholt. Da sind wir wieder beim Stand von Donnerstag am Anfang des Streams. Ich werde jetzt hier eine Timelapse basteln oder im Timelapse basteln. Diese Fläche vielleicht auch die dahinten, je nachdem wie schnell wir hier vorankommen. Vielleicht gibt es hier noch ein paar Ideen zusätzlich. Auch das Gitter respektive den Haag rundherum möchte ich hier noch gesetzt haben, dass wir das ganze dann heute Abend dann wieder auf Stand vom Donnerstag Abend Ende Stream haben. Und somit wünsche ich euch viel Spass in der Timelapse. Bis dann. Bis dann. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 So nice. Come back to me before I go on, dream too deep, dancing in the shadows of my sleep. I think about you all the time, so I pretend, see you in the mirror every now and then. Every night I'm back into your arms again, dancing in the shadows of my sleep. I'm back into your arms, I'm back into your arms again. I'm back into your eyes. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.